So meine Freunde, schönen guten Abend. Und zwar heute habe ich ein Paket bekommen und zwar diesmal von Stefan B. Den erwähne ich auch im Video, den könnt ihr alle mal folgen, weil ich möchte ihm dazu helfen, dass er zu den 1000 Followern kommt. Und jetzt öffnen wir das Paket. Erst sauber aufschneiden. Ich verschicke ja auch viel, dass man die Kartons wiederverwenden kann. Und das haben wir alles geöffnet. Moment, das ist ein Ding, das muss ich lösen. So. Wow, eine Stonekit-Warnweste. Alter, du bist der Hammer, mein Lieber. Dankeschön. Wow, schaut sie euch an mit Schulterstreifen. Ist die nicht wunderschön? Wow, geil, hey. Ich werde sie auch gleich anziehen, oder? Warte mal. Mit guten 3M Scotchlight Reflektorstreifen. Wum, 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 wut. Boah, steht die mir nicht gut? Die ist doch wunderschön. Vielen, vielen lieben Dank, Stefan, für die affengeile Warnweste. Und vor allem mit Schulterstreifen. Wie cool, Dankeschön. Des Weiteren haben wir Sommersbee Apple. Boah, das ist lecker. Ja, dann haben wir von dem Sommersbee noch einmal den Blackberry. Einmal den Apfel. Und einmal den Apfelräuber, den traditionellen Apfelräuber. Cool, die trinke ich jetzt gleich im Live. Hier ist noch ein Brief. Ob ist das noch Verpackungsmaterial? Mit einem Verpackungsmaterial, Notizpapier. Stefan, vielen lieben Dank, trinken wir im Live und Dankeschön für die hammergeile Warnweste. Mit der werde ich viel Freude haben. Dankeschön dir. Äh, wie, das ist noch ein, wie ihr, oh! Wie, das ist noch ein, wie ihr, oh! Und dann kann das Video.